Ich bin so ein Mann! Ihr sagt dir, ein Cheapstartsel! Ein Cheapstartsel, das ist die Höhle! Die Höhle des Unheils! Das ist die Höhle der Rache des Mondes Zuma! In der Chips-Tatzel greift jeder ein. Du weißt ja nicht, wo der vorher die Hand geschüttelt hat. Du weißt ja nicht, was den seine Hand vorher geschüttelt hat. Da bring mir's auf den Punkt. Der Chips-Tatzel ist rein bakteriell gsenkt. Die Höhle des Löwens greift nicht ins Chips-Tatzel. Da wo ein Schaf übratzen. Wo die Höhle des Löwens. Und schon immer da wo. Was die uns da haben. Was die uns dran haben. Greift nicht ins Chips-Tatzel. Da wo ein Schaf übratzen. Greift nicht mit Rennis-Tatzel. In der Chips-Tatzel. Hümmi oder Hü. Hümmi oder Hü. Das hören wir doch immer. Ständig heißt Hümmi oder Hü. Für was steht das? Für oben oder für unten. Oder für schwarz oder für weiß. Oder für brav oder für bess. Für was steht Hümmi oder Hü. Hümmi oder Hü. Das ist uns schon... Als kleine Kinder ist uns das schon eingepflanzt. Faschendienstag. Um 24 Uhr. Sprich Aschermittwoch. Null. Null Uhr. Man muss der Katholik was. Fasten. Fasten. 40 Tage Fasten. Jetzt ist es aber so. Wenn du das ganze Jahr saufst und frisst. Dann ist das auch nicht gesund. Spätzl von mir. Der Viehschwerner. Der hat sich der altartig. Gesund ernährt. Weil der ist krank geworden. Ja. Zum Schluss ist er sogar gestorben. Also ich weiß jetzt nicht mehr die Krankheit an was er gestorben ist. Was muss denn ich sagen? Ich kann das auch sagen an was der Viehschwerner gestorben ist. Der hat sich der altig gesund ernährt. Der hat ihn nicht zugekriegt. Nicht? LSI. An dem ist er dann gestorben. Lieber keine Schnitzel-Enttoleranz. Ich sag diesen ganzen Wunder von damals. Das wäre heute nicht mehr möglich. Der Mensch ist heute zu aufgeklärt. Der ist doch zu mündig. Weißt du was die sagt? Zum Beispiel das Wunder vom Sege Nezareth. Das wäre heute nicht mehr möglich. Wenn das am Hattersee passiert wäre. Dann hätte es geheißen. Hä? Was? Lange zu dir da. Mir ist das wurscht wer dein Vater ist. Solange ich da am Fischen bin, gehst du nicht übers Wasser. Sicher nicht. Aber früher hat es auch geheißen. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten an denen. Das kannst du nicht vergessen. Wenn da zwei versammelt sind, haben drei von zwei ein Handy. Und dank des heiligen Wikipedia brauchst du heute nichts mehr glauben, weil du wo es da ist. Was? Ich weiß nicht, was sehe ich so etwas mit dem WhatsApp hatt. Ich kenne das WhatsApp mehr. Ich habe das Haas gehabt. Ich habe das Franz gehabt. Und ich will dich dran, glaube ich. Oh, oh.